So, auf geht's. Eine neue Seite im Skizzenbuch steht an. Diesmal wollte ich mich auf eine Tierart konzentrieren und habe mich hier für Schlangen entschieden. Diese Tiere zeichnen und male ich sehr selten, also war das hier an dieser Stelle auf jeden Fall eine gute Übung. Ich habe erstmal alle drei Bilder mit einem Bleistift vorgezeichnet und diese dann anschließend mit verschiedenen Medien koloriert. Erstmal war Guache an der Reihe. Hier habe ich das Motiv wie immer in verschiedenen Schichten aufgebaut, wodurch es nach und nach mehr Formen und Details bekommen hat. Die nächste Skizze habe ich dann mit einem Füller und wasserfester Tinte nachgezogen und anschließend mit Guache umrandet. Zu guter Letzt durfte natürlich Aquarell nicht fehlen. Auch hier habe ich in einigen Schichten gearbeitet, um die Licht- und Schattenbereiche auszuarbeiten. Die Drybrush-Methode habe ich zum Beispiel beim Baumstamm oder auch bei der schuppigen Haut der Schlange eingesetzt. Zum Schluss habe ich noch ein paar Details mit weißer Aquarellfarbe eingemalt und mit Aquarellstiften im Ganzen noch etwas Struktur gegeben. Und dann war meine Doppelseite auch schon fertig. Ich bin auf jeden Fall sehr happy damit und werde auf jeden Fall in Zukunft noch weitere Reptilien malen.